Dann kommen wir heute zu einem Thema und das wäre Weißabgleich. Weißabgleich hat was mit Farbe zu tun und das war ein guter Punkt und ein guter Einstieg mit Kuba, denn wir wollen ja nicht ewig lange Schwarz-Weiß-Fotos machen. Schwarz-Weiß-Fotos sind perfekt, um zu lernen, um Licht zu sehen. Viele Fehler würdest du in Farbfotos nicht erkennen oder hättest du nicht erkannt, weil dich die Farbe ablenkt. Wir sind nicht so strukturiert, dass wir nur Schwarz-Weiß sehen, wir sehen Farbe immer. Und auf so etwas wie Licht zu achten, fällt einem viel einfacher, wenn das Bild Schwarz-Weiß ist. So, jetzt haben wir diesen Step hinter uns, bisher nur Porträts in Schwarz-Weiß gemacht. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zu diesen Fotos in Farbe. Ich würde dir immer raten, gerade auch in der Porträtfotografie, Farbe rauszunehmen, weil eigentlich haben wir eine Hautfarbe und diese Hautfarbe wird nur gebrochen durch ein paar andere Farbakzente. Die Augen und die Lippen. Alles andere ist eigentlich eher wenig farbig besser, denn wenn wir Hautrötungen haben, willst du die Rötungen draufhaben? Nein. Wenn wir Pickel haben, willst du mal die Pickel fotografieren? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das heißt, Farbe ist eigentlich nichts Positives in der Porträtfotografie. Wenn du die Farben etwas gedeckt hältst, nimmst du dir viele Probleme raus. Eine Rötung, irgendwie ein Sonnenbrand oder sowas. Das ist alles Farbe. Und deswegen in der Porträtfotografie eher gedeckt arbeiten. Die Augen und die Lippen kannst du nachträglich immer noch partiell wieder ein bisschen verstärken. Ja? Gut. Das ist jetzt ab sofort die Grundeinstellung. Du darfst natürlich auch, wenn du Porträts fotografierst, gerne auf Schwarz-Weiß gehen, aber probiere jetzt mal verstärkt auch mit Farbe zu arbeiten. Darf ich dann auch noch ein bisschen rumspielen an den Vereinstellungen? Absolut. Da gilt weiter. Wenn jetzt jemand zum Beispiel was sehr Buntes anhat, kann es sein, dass es noch wichtiger ist, die Farben zu runternehmen. Wenn er was Gedecktes anhat, kann man vielleicht ein bisschen was hochnehmen. Wenn jetzt du so einen puren grünen Wald im Hintergrund hast, dann ist es vielleicht noch angebrachter, die Sättigung Hohlsatz zu nehmen. Wenn du aber irgendwie in einem alten, barocken Zimmer fotografierst und da sind alles gedeckte Farben, kann man auch ein bisschen mehr arbeiten. Also das hier ist weiterhin dein Geschmack. Das ist so ein bisschen diese Vorbearbeitung, die wir ja schon angesprochen haben. Gut. Weißabgleich ist eine sehr wichtige Sache, weil wenn du jetzt mit Farbe fotografieren willst, dann bedeutet Weißabgleich im Endeffekt korrekte Farben. Das heißt, Farben sollen so dargestellt werden, wie sie in Wirklichkeit sind. Warum brauchen wir da einen Weißabgleich, wirst du dich sicherlich fragen. Was ist denn ein Weißabgleich? Du hast einen Weißabgleich eingebaut im Kopf. Jeder Mensch hat das. Wenn du zum Beispiel rausgehst ins Licht und du guckst ein weißes Blatt Papier an, dann ist es weiß. Wenn du jetzt reingehst in einen Kunstlichtraum, wo Glühbirnen sind, dann ist ja das Licht eigentlich gelb. Das wissen wir ja. Was macht dein Kopf, wenn du auf ein weißes Blatt Papier guckst? Im Prinzip ist es ja immer noch weiß. Es ist weiß. Dein Kopf macht selber einen Abgleich. Das heißt, dein Kopf weiß, das Papier ist weiß, also mache ich es einfach weiß. Das geht zwar nur im bisschen, das bleibt weiterhin so ein bisschen gelblich, aber im Grunde genommen ist es weniger gelblich als in der Realität, weil dein Kopf die Farben eicht. Und die Kamera, die muss das eben gesagt bekommen. Und das ist ganz wichtig, wenn man mit Farben fotografiert, dass man der Kamera sagt, was ist überhaupt ein Weiß in dieser Welt. Weil das ist gar nicht so, wie man das immer vor sich hat. Das ist sehr, sehr, sehr variabel. Wenn du zum Beispiel Bilder im Schnee machst, in den Alpen, im Skiurlaub, ist eigentlich alles blau. Dadurch, dass wir so hoch oben sind, ist alles blau. Du warst ja schon mal in Kapstadt oder in Südafrika. Da ist auch ein ganz anderes Licht wie hier oben. Du kannst nicht mit den gleichen Einstellungen da unten fotografieren. Das funktioniert nicht. Wenn die Sonne untergeht, dann wird das ja auch plötzlich die blaue Stunde. Dann ist plötzlich alles blau. Du erkennst gar nicht mehr richtig Farben und so weiter und so fort. Das heißt, die Kamera muss wissen, wie sie die Farben darstellen soll. Und das ist neben Belichtung, neben Belichtung ist weiß abgleich eins der beiden Dinge. Es gibt also für dich als Fotografin eine wichtige Aufgabe und das wäre erstens die Belichtung und zweitens gibt es noch den Weißabgleich, der ist extrem wichtig. Und bitte, mach das nicht irgendwie hinterher oder sowas. Das ist was, was man am Anfang machen soll, weil das ist die Farbe und eine Farbe ist eine Stimmung. Farbe ist im Grunde genommen, was dein Bild transportieren soll. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe extra dieses Licht. Und wenn ich das jetzt mal andrehe, Moment, dann gucke ich mal, dass ich es so mittelmal mache. Merkst du, jetzt ist das Licht gerade sehr bläulich. Wir merken es gerade, dass hier im Raum, es wirkt schon kühlig. Und jetzt kann ich mal andere Farben hinzuführen und jetzt merkst du, wie es plötzlich, wie wärmer wird. Und gelber. Gelber. Das wäre übrigens das Licht einer Glühbirne. Ja. Oder wenn du nachts rausgehst oder du machst, ein Feuer wäre noch wärmer. Ein Feuer ist noch viel, viel, viel orangener. Während das hier das Licht ungefähr Tageslicht wäre. Und das könnte ungefähr sein Licht in den Alpen, wobei Alpen noch krass blauer wäre. Okay. Verstehst du, je nachdem, mit welchem Licht du fotografierst, und es muss keine Kunstlichtlampe sein, und denk nicht, dass wir jetzt hier über Kunstlicht reden, sondern die Sonne verändert sich. Wenn du Wolken hast, ist das Weiß ganz anders als beim krassen Sonnenlicht ohne Wolken. Wenn du im Schatten stehst, hast du andere Licht, als wenn du sozusagen in der Sonne stehst. Ja, klar. Das verändert sich jedes Mal mit. Und die Kamera weiß nicht, was da gerade sich mit verändert. Und die Kamera ist im Endeffekt blöde. Wenn ich der Kamera jetzt einen roten Stift hinhalte, und ich lasse die Kamera im Endeffekt einen roten Stift fotografieren. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Das ist ausgemacht. Achso, jetzt habe ich es ausgemacht. So. Siehst du, du kannst die Kamera schon besser bedienen als ich. So. Ich halte jetzt mal einen roten Stift hin. Dann weiß die Kamera eigentlich gar nicht, dass der Stift rot ist. Die weiß es nicht. Ich habe ihr bloß gesagt vorher, was ist denn überhaupt weiß? Wenn ich jetzt den Weißabgleich verändern würde, würde sich der Stift mit verändern. Und es gibt da eigentlich einen Knopf, das ist der WB-Knopf, der ist hier außen. Da genau ist dieser WB-Knopf. Der heißt bei allen Kameras WB, für White Balance. Okay. Wenn ich da drauf knücke, dann hast du sogenannte Presets. Und jetzt gucke ich, ich gehe zum Beispiel auf dieses AWB. AWB heißt Auto White Balance. Und das Interessante ist, wenn ich den reinmache und im Grunde genommen würde ich mein Motiv verändern, ich würde also rot fotografieren, dann würde die Kamera denken, oh verdammt, das Licht ist rot geworden. Wenn du jetzt einen grünen Pullover anziehst oder einen blauen Pullover und ich fotografiere den blauen Pullover, dann weiß die Kamera was nicht? Ob du einen weißen Pullover unter blauem Licht anhast oder ob der Pullover blau ist. Weil die Kamera, die kriegt ja nur was im Endeffekt? Blau, eine blaue Farbe. Nur blaues Licht rein. Die Kamera wird also in diesem Modus, in diesem AWB-Modus was probieren? Dieses Blau wegzubekommen. Und das macht man mit der sogenannten Komplementärfarbe, mit der Gegenfarbe. Das heißt, man färbt es einfach dagegen und dann geht der Stich weg. Das Problem ist, wenn du aber einen blauen Pulli anhast, dann soll der Pulli die sein. Ja, das soll ja blau sein. Das weiß die Kamera aber nicht, macht den blauen Pulli, also mit Orange, blau ist die Gegenfarbe von Orange, macht die das ganze Bild Orange und plötzlich ist dein Pulli nicht mehr ganz so blau, wie er wirklich ist, sondern er ist irgendwie anders. Und wer hat entschieden, wie er ist? Die Kamera. Und das ist natürlich ganz kacke. Ja. Deswegen musst du im Grunde genommen reingehen. Und jetzt gehen wir hier mal durch. Du hast hier zum Beispiel eine Sonne, Tageslicht. Bei Wolken würdest du es so fotografieren. Bei Schatten, das ist das Haus mit diesem Schatten, das ist ein Schattensymbol. Ah, okay. Würdest du so fotografieren. Das wäre zum Beispiel Kunstlicht. Du merkst auch, wie sich gerade extrem das Bild verfärbt hat, von warm auf blau. Hier gibt es zum Beispiel was, wenn man mit Blitz arbeiten würde. Und das hier sind sozusagen Einstellungen, die man selber machen kann. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Oder man kann den sogenannten Kelvin-Zahl eintippen. Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, das musst du dir eigentlich gar nicht alles merken. Merk dir einfach, ja, du klickst im Endeffekt auf Ändern. Ja. Entschuldigung, auf WBK ändern. Und jetzt kannst du einfach durchgehen. Und du kannst im Grunde genommen das Bild von blau zu warm färben. Aber nur bei dieser Kelvin-Einstellung? Ja. Alles andere sind Presets, die sind vordefiniert. Und hier bei dieser Kelvin-Einstellung kannst du sozusagen von, und da siehst du, 2500 Kelvin. Das wäre jetzt Feuer. Wenn man jetzt hier ein Feuerzeug hinhalten würde, dann wäre das Feuer weiß. Ob du das nachher weiß haben willst, ist eine andere Sache, weil weiß ist Feuer, sieht irgendwie komisch aus. Aber jetzt sind wir hier oben und das wäre 9500 Grad Kelvin. Das wäre unfassbar kaltes Licht, dass es halt warm gefärbt wird. Und das Verwirrende ist, ist immer das Gegenlicht. Das heißt also, wenn du ein gelbes Licht hast, dann brauchst du blau als Gegenfarbe. Wenn du ein blaues Licht hast, brauchst du warm als Gegenfarbe. Wiedermals, wie bei allen anderen Dingen, die wir gelernt haben, dieses Wort ist das Problem bei vielen Fotografen. Korrekt impliziert nämlich, dass es so etwas wie richtig oder falsch gibt. Für dich gibt es nur noch ab sofort, schön. Wenn du jemals eine Produktion für Otto machen würdest, oder Otto gibt es ja nicht mehr, Neckermann gibt es auch nicht mehr, keine Ahnung, für irgendein Modelabel. Und die würden sagen, ich habe hier rot und es soll rot sein. Dann müsstest du diesen Wert mit so einer Art Messer einmessen, da gibt es dann Hilfsmittel, dass es 100% perfekt richtig ist. Was ist aber unser Ziel bei unseren Aufnahmen? Wir wollen einfach nur schön sein. Und guck mal zum Beispiel meine Haut an jetzt gegenüber deiner Haut. Guck mal, du bist jetzt gerade aus Kuba gekommen. Und wenn man dich fotografiert, dann wirst du super schön braun aussehen und super toll und sexy gebräunt. Wenn man mich fotografiert, werde ich käsig-weiß. Will ich denn käsig-weiß sein? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin halt so, aber schön wäre es doch, wenn du was machen würdest, wenn du im Weißabgleich einfach so ein bisschen in Richtung warm gehst und mich damit so ein bisschen einfärbst. Verstehst du? Ja. Wenn du jetzt auf genau das Richtige gehen würdest, dann wäre ich käsig-weiß. Ja. Aber das würde aussehen... Ja, willst du ja auch nicht. Ja. Deswegen ist der Weißabgleich im Grunde genommen dein Tool, um Stimmung mitzugeben. Und das ist echt easy. Du kannst einfach mal so ein bisschen die überhaupt diese zwei Wörter merken. Kalt. Warm. Wenn du jetzt eine Freundin fotografierst und die ist so lieb und die ist so toll. Und die hat so ein lachendes und heiteres Wesen. Wie willst du denn die fotografieren? Warm natürlich. Die willst du auch nicht neutral fotografieren. Die willst du so ein bisschen Wärme mitgeben, damit die einfach so eine freundliche Grundstimmung bekommt. Und deswegen habe ich gesagt, ist Belichtung wichtig für dich als Fotografin. Aber was ist genauso wichtig wie Belichtung? Der Weißabgleich, weil der die Stimmung gibt. Wenn du zum Beispiel eine Gegenlichtaufnahme hast, dann muss es warm sein. Dann muss die Sonne nur knallen. Dann muss es sowieso dieses Gefühl geben, ich werde gerade gebrutzelt von der Sonne, weil es so schön warm ist. Wenn du zum Beispiel eine Fashionaufnahme machst und da ist so ein arrogantes Model, was hochnäsig durch die Gegend stapft, dann willst du die natürlich nicht warm fotografieren. Ja, eher so ein bisschen kühler. Dann willst du die eher so ein bisschen kühler fotografieren. Du merkst also, der Weißabgleich ist deine Stimmung. Das ist ein stilistisches Mittel. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, um das Ganze zu verfeinern. Also, jetzt geht es in den Schlafmodus. Beziehungsweise, halt, nicht so schnell. Was hast du dir jetzt gemerkt? Du hast dir gemerkt, Belichtung, Weißabgleich. Weißabgleich, Stimmung, kalt, warm, nicht korrekt, sondern schön. Es gibt am besten, und das ist wirklich die beste Einstellung, wenn es schnell gehen soll, dann gehst du hier auf WB und klickst dich einfach mal kurz durch diese Presets hier durch. Also, du klickst dich einfach mal kurz hier durch und guckst einfach, wann sieht dein Bild am besten aus. Und da kann ich ja auch noch verstellen. Genau. Erstmal noch warten. Wenn es nicht so schnell gehen soll, dann würde ich wirklich hier reingehen und mir wirklich sozusagen hier innen drin über die WB-Einstellungen das Ganze mal ganz ruhig und wirklich in kleinen Schritten angucken und wirklich feintunen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Du musst überlegen, bei den Presets ist ungefähr 1000 bis 1500 Kelvin dazwischen immer. Das heißt, wenn du dazwischen kommen willst und feiner werden willst, dann mach das mit dieser Einstellung. Okay. Und jetzt gibt es ja noch, das hast du gerade selber gesehen, eine Feineinstellung, die ist hier zum Beispiel drin. Da kannst du dein Bild im Grunde genommen, Moment, musst du runterklappen, nochmal weiter färben. Und ich weiß gar nicht, du hast damit schon rumgespielt, ne? Das ist der Hammer. Das ist wirklich extrem wichtig. Denn hast du zum Beispiel die ersten Bilder mit der Kamera nochmal damals in Erinnerung, wo du zum Beispiel noch Farbe vielleicht rumgespielt hast im Park mit deinem Hund? Ja. Und da ist unten drin Gras. Und das Gras reflektiert was zurück? Grün. Grün. Die ganzen Bilder, und das ist auch gerade bei Menschenbildern extrem fürchterlich, die sehen dann so grünlich aus. Und grün ist hier oben, ne? Ja. Wenn du grün weghaben willst, also das wäre jetzt zum Beispiel richtiges Grün, das wäre Zyran, also hier geht es nach Zyran, also das wäre hier grün, dann nimmst du einfach die gegenüberliegende Farbe. Und das wäre dann diese sogenannte Komplementärfarbe. Also um einen Blaustich wegzubekommen, musst du sozusagen in die Richtung. Um den Rotstich oder Magentastich wegzunehmen, gehst du in die Richtung und die Richtung. Und du kannst im Grunde genommen dein Bild schon wirklich perfekt färben. Jetzt würdest du zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt meine Ahnung, merkst du wie bleich der gerade wirkt, du würdest wahrscheinlich erstmal hier runter gehen und vielleicht generell gesprochen, würdest du erstmal einen anderen Weißabgleich nehmen. Also Weißabgleich, Weißabgleich ändern. Merkst du wie, jetzt brauchen wir erstmal ein schönes Braun, sodass es ein bisschen farbig wird. Uh, wir sind schon bei 8000. Ja, jetzt habe ich langsam Farbe. Langsam. Ja, jetzt müssen wir aber noch diese Einstellung ändern und jetzt würden wir so ein bisschen, so ein bisschen noch diese Färbung geben. Und jetzt merkst du, jetzt plötzlich ist meine Haut nicht bleich, sondern jetzt ist sie schön. Ja. Das Ganze kostet ein bisschen Zeit. Viele Fotografen würden dich auch überzeugen davon, das nachträglich zu machen. Es gibt aber tausende Gründe, das beim Fotografieren zu machen. Denn, je mehr du beim Fotografieren weißt, wie deine Stimmung ist, wie dein Bildlook ist, umso mehr kannst du nachher auch dem Modell sagen, was sie tun soll. Weißt du noch, als du Model, früher warst vielleicht, also bisher immer noch, aber weißt du noch an die Fotoshootings, wo du Fotografen hattest, die dir gesagt haben, nachher macht man dann alles in den Fotoshop und du wusstest beim Fotografieren gar nicht, wirken die Bilder jetzt kühl, wirken die jetzt warm, sollen die jetzt so ein bisschen eine braunen Stimmung bekommen, eine grün. Und je mehr du weißt als Modell, als Person vor der Kamera, umso mehr… Du weißt ja auch, wie der Gesichtsausdruck dazu passt. Genau, umso mehr kannst du mitarbeiten. Und solche Sachen, das sind generelle Dinge, du kannst nachher nur noch korrigieren. Du kannst aber nachher nichts mehr ändern. Wenn die Sache mal aufgenommen ist, dann ist die Rohdatei gemacht. Was ist denn, wenn zum Beispiel, wenn du es probierst einzustellen und du merkst, verdammt, hier ist so viel Grün, das sieht alles noch kacke aus, dann gehst du woanders hin. Wenn du das nicht probierst, dann passiert es, dass du sagst, ach, ich fotografiere, mach nachher und merkst dann erst hinterher, verdammt, das war zu viel. Ich kriege es gar nicht mehr korrigiert. Verstehst du, das ist alles, was du machen kannst, mach es vorher. Und je mehr du weißt beim Fotografieren über wie das Bild wirken soll, wie das Bild werden soll, umso besser kannst du auch fotografieren. Das bedeutet, du hast eine ganz einfache Reihenfolge. Im Grunde genommen gehst du hin und machst deine Helligkeit mit diesem Regler weiterhin. So zum Beispiel. Jetzt ist die Puppe ordentlich belichtet. Und jetzt würdest du hier rechts rausklicken und sagen, okay, gucken wir mal ganz kurz. Ich gehe mal hier in diese Weißabgleich-Einstellung. Merkst du, wie schmutzig er jetzt wird? Nee, es sieht voll geil aus. Ist da oben geblieben. Moment, es sieht richtig gut aus. Jetzt würde er sagen, es ist richtig holzig. Und jetzt gehen wir vielleicht drunter und ändern vielleicht immer noch so ein bisschen. Jetzt schon will ich wieder hoch. Ja, so ein bisschen. So vielleicht. Und jetzt hat er so eine richtig schöne Holzfarbe. Und wenn ich jetzt das Bild aufnehme, ich mache das einfach mal. Hast du eine Speicherkarte drin? Sollte eine drin sein, ne? Ja, ich glaube ja. Ja. Boff. Ja. Dann habe ich jetzt mal ein Bild, was fast eins zu eins aussieht wie die Realität. Und jetzt solltest du noch hingehen und sagen, boah, wir haben hier ein Licht, was schon ordentlich kontrastreich ist. Ich gehe jetzt einfach mal in meine Bildstileinstellungen und gucke vielleicht, ob ich den Kontrast so ein bisschen runterziehe vielleicht. Merkst du so? Ja, und vielleicht die Sättigung noch mal einen Ticken runter. Und jetzt guck mal, wie ähnlich das hier mit dem hier ist. Das stimmt. Das ist jetzt schon fast 100% identisch. Du kannst also in drei Schritten die Bilder perfekt machen. Ich mache es neu, damit es oben bleibt. Erstmal ist die grundsätzliche Belichtung dein erster Schritt. Und da ist die Entscheidung hell, dunkel. Übrigens, dunkle Bilder können eher bläulich sein, weil was ist nachts? Dunkel und blau. Was kann eher warm sein? Hell. Was perfide manchmal aussieht, ist ein helles Bild, was bläulich ist. Das ist eher so, das wirkt so krank. Musst mal genau achten. Du kannst es probieren. Es gibt sicherlich ein, zwei Bilder. Ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Probier es. Aber da steckt sogar eine Logik drin. Also wenn du zum Beispiel dich entscheidest für hell, dann hast du tendenziell eher wärmeren Bildstil, weil das sieht so nach dieser Sonne, nach Strahlen, nach Licht, nach Warm, nach Licht halt aus. Aber ich mag generell auch diese helleren Pastellbilder. Wirst du wahrscheinlich tendenziell eher oben bleiben. Und merkst du, jetzt fangen wir an zu fotografieren. Jetzt sagst du, ich mag Pastellik warm. Und genau das unterscheidet dich dann von anderen Fotografen. Nicht die Kamera oder irgendwie deine Tasche oder irgendwie, sondern eigentlich so dieses Gefühl. Das heißt, du gehst in die Belichtung. Als zweiten Schritt, was haben wir gesagt mal als zweiten Schritt? Weißabgleich. Genau. Da kommt der WB und der wird eben warm oder kalt. Und um fair zu sein, müssen wir neutral in der Mitte einfach nochmal halten. Neutral ist man aber am wenigsten in der Porträtfotografie. Weil meistens willst du entweder einen kahlen, düsteren, zum Beispiel hättest du hier, sowas könntest du hier kühl machen, sowas könntest du hier so ein bisschen aggressiv und düster machen, dann wäre der halt auch so ein bisschen, du weißt, was man damit verbindet? Und bei Schwarz-Weiß kann man dann eher kühlere? Halt, Schwarz-Weiß würde ich erstmal gar keinen Weißabgleich nehmen. Da würde ich immer das nehmen, was richtig ist. Also bei Schwarz-Weiß würde ich sagen, okay, ich fotografiere hier mit Sonnenlicht, also bleibe ich bei Sonne. Ich fotografiere mit Wolken, da würde ich immer das nehmen, was das Preset mir hergibt. Ich rede von Farbfotos. Wenn du das jetzt mit Farbe gemacht hättest, den könnte ich mir aber eher so als bösen, grimmigen, dunklen Typen, da hätte ich vielleicht noch dunkler belichtet, dass er gerade so im Dunkeln ist und noch kalt ist. Wäre natürlich du so ein strahlendes Kind. Ja? Dieses lachende Kind, was wir am Anfang hatten, ups, da muss man zurückgehen. Was noch? Das hier, das hätte ich hier warm gemacht, das hätte ich hier so richtig lebensfroh gemacht. Sie lacht ja auch und ihre Augen strahlen. Ja. Das heißt, du gibst mit dem Weißabgleich die Stimmung mit und als drittes kommt dann nochmal sozusagen Kontrast und Sättigung in der Feinabstimmung. Das machst du bitte hinten, weil je nachdem wie deine Belichtung ist und je nachdem wie dein Weißabgleich ist, brauchst du anderen Kontrast und andere Sättigung nochmal. Verstehst du, es kann sein, dass du den Weißabgleich richtig voll hochdrehst und alles wird bunt und du sagst, ja gut, dann nehme ich die Farbe ein bisschen zurück. Also diese Reihenfolge ist das, was du machst und dann ist das irgendwann gesetzt und dann hörst du auf nachzudenken und machst einfach tolle Bippe. Okay. Ja? Mach ich. Gut. Aufgabe für nächste Woche wird sein, verschiedene Wirkungen durch Weißabgleich hinzubekommen. Achtung, du darfst auch weiterhin Schwarz-Weiß-Fotos machen, weil die gefallen dir ja sowieso. Du wirst also nicht gezwungen, irgendwie Farbe zu fotografieren, aber probier mal mit dem Weißabgleich möglichst perfekt zu arbeiten. Und also gerade bei der Modelfotografie wollen alle Menschen immer so einen schönen Tarn. Tarn ist so ein Mittelding zwischen braun, rot und nicht so bunt. Also einen braunen Ton bekommt man, indem man sehr warm wird, die Veränderung sozusagen ins Rote reinschiebt und das Ganze dann in der Sättigung reduziert. Wenn du das jetzt allerdings machen würdest und du würdest sozusagen in dem Bildstil die Sättigung hochpumpen, dann würde es Sonnenbrand geben. Ja, genau. Ja, merkst du, das ist dann so überschissen. Also, es ist warm, rot und Sättigung minus und meine Standereinstellung wäre das hier, also minus drei. Übrigens, Standard, immer ein bisschen Kontrast rein. Gut. Ich werde es probieren. Also langsam werden wir schon echt abgefahren. Ich bin auf die nächsten Bilder gespannt. Ich bin auch schon sehr zufrieden. Vielleicht, weil es ist ja immer nur eine Woche Zeit und man kann auch nicht zu viel fotografieren in einer Woche. Vielleicht nimmst du dir, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, du kannst nicht mit jedem Model alles machen. Das heißt, wenn du jetzt hier ein Model für diese Woche holst, dann kann es sein, dass sie eben eine helle Blondine mit blauen Augen ist und dass sie im Endeffekt hell, warm, schön, nett, lieb ist. Das heißt, du kannst sie nicht einfach böse, blau, düster, dunkel machen. Ich bin mal gespannt, wie du nächste Woche kommst. Ich bin aber auch nicht böse, wenn du sagst, Martin, hör zu, ich hatte eine Person, die war total arrogant feschig und ich habe die nur blau fotografiert. Oder du hast ein Model, wo du sagst, die war so lieb, die hat die ganze Zeit gelacht. Ich kann die nicht blau. Probier aber einfach mal, ob das vielleicht möglich ist, mit Stimmung zu arbeiten. Ja. So, das war es für uns. Eine Woche ist wieder Arbeitsaufgabe gegeben. Auch zu Hause natürlich an den Fernseh- bzw. Computermonitoren. Viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Nachmachen. Lass uns doch mal diese Kuba-Bilder angucken. Die finde ich zu geil. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass auch diese Folge des Crashkursportraits wieder mal Spaß gemacht hat. Dass lehrreiche Dinge vermittelt wurden. Und dass Anreize gegeben wurden, selber mit der Kamera tolle Bilder zu machen, rauszugehen und einfach richtig schön zu fotografieren. An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Einerseits auf unser Colib und Gers Blog. Dort finden sich ganz viele Inhalte rund um Fotografie, sei es Techniktests oder auch wirkliche Anleitungen, wie das Bild entstanden ist oder wie diese Technik funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn man ganz spezielle Themengebiete abarbeiten möchte, dann gibt es unseren Store für Videotrainings. Dort finden sich zum Beispiel eine Videotrainingstrecke über Heimstudio-Fotografie. Also mit kleiner Ausrüstung zu Hause tolle Portraits machen. Oder da gibt es auch größere Dinge, wie einen Kalender zu fotografieren oder auch einfach nur mit Reflektoren umzugehen. Das wäre es von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal bei der nächsten Woche dabei, wenn es wieder heißt Crashkurs Portrait.